hat zu probieren mit der mercedes lenkung so schauen wir mal einfach mal an es geht einfach schwer 99 prozent liegt an dem kreuzgelenk schauen wir mal einfach mal an so also bewegt es eine seitlich und eine seite lenkhälfepumpe getauscht aber immer noch die gleiche fehler so hier haben wir ein kreuzgelenk wir schauen mal funktion ja so sieht der alte teil aus so schau mal diese richtung hier gehe ich mehr hier gehe leicher und das ist der fehler ja so leute kreuzgelenk ist drin neue teile wenn wir probieren mal einfach mal aus ja so leute schauen wir mal einfach mal ja und so gibt es da auch muss er sein ich habe das vergessen die ich hab noch nie und so gibt es da auch muss er sein ich habe das vergessen die ich hab noch nie ja